Hallo meine Lieben, willkommen bei einer neuen Folge Dianna's Sisters. Jetzt sind wir im Level 2-4, Schluchte der schreienden Eulen. Und mal schauen, was auf uns zukommt. Seht ja schon mal sehr einladend aus. Die Musik ist wieder ein bisschen anders. Was ist das denn jetzt? Hä? Okay, was soll ich machen? Hä? Muss ich das verstehen? Äh, jetzt bin ich wirklich irritiert. Achso, jetzt geht das runter. Ich stehe. Ich finde es immer so schön, wenn ich rote Haare habe. Das ist dann so schön grün. Oh, ich Idiot. Ich habe die Vögel ja gar nicht mal gesehen. So. Ach nee, ich muss das wieder drehen erst. Und jetzt geht es runter, ne? Ich glaube, ich bleibe mit meinen roten Haaren. Und man sieht einfach, wie viel schöner aus und einladen, ne? Oh nee, das war echt dumm. Dann nochmal, weil es so schön war. Oh, das kann man sagen, dass ich jetzt jedes Mal nochmal neu drehen muss. So. Ich finde es echt gut, dass ich jetzt die Musik angemacht habe. Ich glaube, das klingt automatisch viel, viel besser und amüsanter, das Spiel. Okay, ins Wasser kann ich. Vielleicht gibt es da ja einige Kristalle. Oder auch, ja, Kristalle, die mich umbringen können. Naja, dann eben nicht. Dann muss ich scheinbar wieder drehen. Kann ich auch da drauf? Ja. Dann muss ich erstmal hier mal meine Kristalle. Ähm, hallo? Nee, nee, nee. Das ist falsch. Ich muss erst den Weg nehmen. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Achso. Das wäre ja doch nicht so schwer. Okay. Oh nein, ein süßes Häschen. Tot ist es. Was hat es mir jetzt gebracht, dass ich das hier aktiviere? Achso. Oh. Hä? Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt beeilen. Achso, verstehe. Jetzt muss ich jetzt eigentlich hierher kommen. Und das heißt, natürlich. Ähm, nee. Gibt es hier noch Kristalle? Nein. Okay. Was soll ich machen? Achso, ich kann hier so runter. Ich kann mich auch einfach fallen lassen. Das geht doch auch. Scheinbar nicht. Dann sterbe ich. Ich darf die wohl nicht berühren. Gut zu wissen. Oh, Mann, ey. Verschwinde doch. Hallo? Ich gehe wieder mal runter und gucke, ob da einige Kristalle auf uns warten. Wahrscheinlich nur die, die mich umbringen werden. Oh. Was ist das denn? Hier ist ja nichts. Ist doch jetzt... Oh, nee. Bleib dumm. Was ist das denn? Die blaue. Nichts. Ich muss scheinbar irgendwas wieder aktivieren. Was ist das denn? Ein Häuschen. Ich kann da nicht rein. Oh. Oh, das ist jetzt komisch. Achso, hier hoch? Jetzt habe ich erstmal ein Schutzschild bekommen. Oh, Mann, oh. Hä? Wo ist denn das Häuschen jetzt hin? Nein, hallo. Alter, guck mal hier ja da hoch. Bin ich doof? Achso. Mann, sag das doch gleich. Hallo. Ja, okay. So geht's auch. Was bringt mir das? Nichts. Sind da Kristalle? Ja. Wie komme ich denn da hoch? Eigentlich muss ich doch bestimmt wieder irgendwas aktivieren. Aber wo war das denn? Wo geht das denn? Einfach mal hier entlang. Hier runter. Ja. Schau mal, muss ich das hier aktivieren. Oh, ich habe ein neues Bild in der Galerie. Ja, trotzdem. Ich glaube, das ist doch der falsche Weg. Ich muss doch den anderen nehmen. Oh, Mensch. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, aber ich nehme jetzt einfach mal den Weg. Gut, wenn ich nach links gehe, sterbe ich. Ein schönes Warnhinweis. Ich darf nicht ins Wasser fallen wahrscheinlich. Gut, auf jeden Fall kann ich drauf. So. Boah. Nein, nein, nein. Oh nein, das war so unnötig. Das war echt stumm. Egal. Noch lebe ich ja. Hä? War da oben nicht noch etwas? Ja, Kristalle. Und bekomme ich da hoch? Okay, da hat sie hier lediglich abgeschafft. Ah, da ist noch ein Kristall. Na endlich, das habe ich ja die ganze Zeit gesucht. Achtung, Häschen. Ich will dich nicht umbringen. Muss ich mich jetzt irgendwie beeilen? Oh, ne, das zeigt mir glaube ich einfach nur den Weg. So, das müsste doch jetzt funktionieren, oder? Jawoll. Nein. Das ist nein. Oh nein. Eigentlich gut. Weil jetzt kann ich auch die Kristalle wieder aufsammeln. Du musst eigentlich aus allem etwas Positives rausziehen. So, nein, nein, nein. Hä, wie geht das denn jetzt? Muss ich mich denn auch planen für die Kristalle, oder was? Ich glaube, das war echt dumm. Dann nochmal. Okay, nein, nein, nein. Geh weg. Oh Gott, das nervt. Können die nicht einfach mal zur Seite gehen? Warum müssen die mich denn nochmal umbringen? Dann nochmal. Kann ich die eigentlich gar nicht umbringen? Oh nein, scheinbar nicht. Auch gut. Also, einfach nur ausweichen. Oh, ach. Geh weg. Ach, ich winde doch. Oh, nee. Wie soll ich das denn jetzt machen? Oh. 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 Hey, wo sind denn die Kristalle jetzt hin? Bin ich denn jetzt? Hallo? Gut, dann nehmen wir mal den Weg. Mal schauen, was es da so gibt. Ledermäuse? Ah, neues Bild in der Galerie. Okay. Ich sag's nochmal. Ich weiß gar nicht, was diese Galerie ist. Ich hab die mir einmal angeguckt, aber das ist, glaube ich, zwei, drei Monate her. Und ich sollte mir das mal angucken. Ich frag mich echt, warum ich immer diese Bilder sammle. Eigentlich hab ich immer noch sehr viele Fragen bezüglich des Spiels. Warum hab ich eine grünhaarige Schwester? Warum muss ich sie retten? Es ist schon lustig, dass sie grüne Haare hat. Eher natürlich irgendwie so an Luigi. Gut. Boing. Wo gehen wir jetzt hin, runter oder hoch? Na gut, ich steig einfach mal drauf. Ähm, hallo. Verdammt, ich weiß jetzt gar nicht mal, wann ich angefangen habe zu spielen. Ach so, den kann ich nicht umbringen. Ich finde, dass es nicht zu sein, die länger zieht. Och Gott, ey. Hm. Ich sag's nochmal, ich weiß nie, was für einen Weg ich nehmen soll. Welcher Weg richtig ist. Ich nehm einfach irgendeinen. Weil überall gibt's Kristalle. Ich frag mich, ob das irgendwie möglich ist, in einem Level mal alle Kristalle einzusammeln. Ich glaube, nehm ich auch. Was war das denn jetzt? Das Hesun hat mich attackiert. Was für ein Miststück. Sieht süß aus, aber es will mich auch umbringen. Okay, ich weiß nicht. Ähm, man ey. Ach so. Okay, und jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Einfach mal hier entkommen. Äh, wie geht das denn jetzt? Okay, kann mir ja gar nichts anhaben. Oh, scheiß Brüsch. Ach, ich bin schon am Ziel. Huch, das ging ja schnell. Das war ja eine leichte Episode, Folge. Ja gut, 222 Kristalle, eine Schnapsseile, ich bin zufrieden. Gut. Oh mein Gott, es fehlen ja nur elf. Ich bin nicht so gut in Mathe, neunmal gestorben. Okay, vielen, das war eigentlich relativ gut. Vielen Dank für's Zuschauen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.